Altindisches Schamanentum. Schamanentum ist eine übergreifende religiöse Bewegung. Schamanentum glaubt an die Beseeltheit der Natur, glaubt, dass Bäume und Seen und Flüsse beseelt sind. Schamanentum geht davon aus, dass auch Feinstoffwesen da sind, mit denen wir kommunizieren können. Auch im altindischen Schamanentum wird geglaubt an Seelen für Verstorbenen, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Im Schamanentum wird oft angenommen, dass Krankheiten irgendwo auch mit Geistwesen zu tun haben. Im Schamanentum geht man auch davon aus, dass man in Kontakt treten kann mit der Natur, mit Naturwesen, mit Bäumen, mit der Kraft von bestimmten Orten, mit Feinstoffwesen und so weiter und auch zu den Tiefen unserer Seele oder auch zu den Verstorbenen. Und so finden wir auch im alten Indien ein Schamanentum. Und gerade der sogenannte Atarva-Veda wird auch genannt als der schamanistische Veda. Es gibt ja vier Hauptveden. Da gibt es Rik-Veda, es gibt Sama-Veda, Yajur-Veda und Atarva-Veda. Und der Atarva-Veda wird manchmal auch bezeichnet als der schwarze Veda. Und da wird es auch gesagt, dass dieser Veda eben magische Rituale hat, magische Beschwörungssprüche. Und so gilt der Atarva-Veda als Grundlage des altindischen Schamanentum. Atarva-Veda geht es auch um Heilung, aber dort wird man anders als im Ayurveda nicht mit Ernährung und mit Massagen und mit Reinigungsritualen arbeiten, sondern dort gibt es Zaubersprüche, es gibt Heilungsriten, es gibt Lieder zur Austreibung von Krankheitsdämonen, es gibt Segenswünsche und Liebeszauber. Und so ist die Welt des Atarva-Veda eine Welt des Schamanentums, die ganz faszinierend sind. Aber es gibt nicht nur den Atarva-Veda, sondern es gibt auch im alten Indien verschiedene Richtungen. Manchmal wird gesagt, dass Shiva der Ur-Schamane ist. Manchmal wird auch die Verehrung der göttlichen Mutter zum Beispiel in ihrer Gestalt als Devi oder als Uma oder eben auch als Aditi oder auch als Adi Shakti als Ausdruck von altindischem Schamanentum angesehen. Wir haben bei Yoga Vidya auch manchmal Vorträge zum Thema altindisches Schamanentum. Auch im Yoga-Wiki gibt es ja einen Dr. Oliver Hahn, der Indologe und Yoga-Lehrer ist und der schreibt ja auch einiges im Wiki und der ist auch Experte zum altindischen Schamanentum.